Was will sie denn? Wo bist du eigentlich? Wo muss ich hin? Na hier, wo ich bin. Ich hab's oben hingestellt, damit du mich siehst. Ja klar, schön in die Höhe. Jo. Na? Kleiner Ding. Tochter von Kafras. Kennst du den? Was? Kennst du den? Kafras. Na? Na klar. Cool. Und du? Hat auch Spaß am Kaffer, hm? Ah, der lief Wort. Komm noch weiter. So. Was gab's denn leckeres jetzt, nur zu essen bei dir? Bei mir? Ja. Ja. Ja, nicht so viel. Brot, Fleisch. Ist ja nichts. Was denn? Brot, Fleisch. Brot und Fleisch? Ja, Aufschnitt. Oder wie ihr dem sagt. Ja. Aufschnitt oder Wurst, ne? Genau. Wurstwaren. Wurstwaren. Was waren sie denn mal? Ich glaube mal ein Schweinchen. Okay. So. Diese Richtung. Also das ist die falsche Richtung bei mir. Okay. Ob das zu großen Wendekreisen. Ja, ja. Wie ein Flugzeugträger. Das ist schon krass. Morgen gibt's Esel-Schnitzel. Esel-Schnitzel? Ich weiß nicht, ob die schmecken, Esel. Alles egal. Es geht ins Prinzip. Weil in der Not fristen man alles, ne? Richtig. Wow, 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 wow. Ui, 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 ja. Bei mir auch. Ups. Scheiße, ich häng fest. Okay. Warte, warte, warte. Was muss ich hier jetzt echte? Ne, ich lass mein Pferd hier stehen. Warte. Bist du jetzt langgeritten? Ja. Klar. Bist du jetzt langgeritten? Muss grad ja auch. Wir durch die Äste hier durch, Mensch. Komm schon, das ist ein Esel. Was geht? Sind die nackig? Die Esel? Also... Naja, die... Die... Ah. Die NPCs. okay dann geht es länger bis du kommst oder wie so eine sache mit dem kommen so ja das erzählt ist mega klein ich bin nicht klar und das mega klein das ist mega groß größte scheide hier gesehen habe so ne warte hier muss ich mein pferd oder wie jetzt komme ich hier nicht hoch du bist schuld ja ich ja ist schon weg ich merke hast du da die die pfeife da die dauerhafte ja also die bis 30 tage glaube ich also ich hatte 2 30 1 habe ich noch im fall liegen und dann habe ich aber auch noch irgendwo noch permanente legen cool was er denn überhaupt es gibt in final fantasy sehen auch einige npcs fast so aus einem wald das ist alles nur geklaut so gut ich soll es besorgen also das hier so besorgen ich muss besiegt die hexenmeisterin ja ja das ist auch besiegt die hexenmeisterin und noch ein paar andere sachen genau komm du der tag ist kurz ja ich komme ja schon machst du denn hier ja ich habe ich auf dich gehört müssen kämpfen aber die sind vielleicht stark okay ja die sind stark möchtest du ne die gehen die schaffen wir der pullt gleich alles ouch das ja 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 ich glaube das geht gar nicht zu schwach du wirst aber wissen wieso ist ein energiebalken bei mir in der gruppe gelb bei mir so grünen deswegen geht das so lange das thema zu wenig energie ich verstehe aber wieso ist das so wieso brauchst du dann keine energie wieso was mache ich denn falsch insider wissen und du verrätst mir nicht mit einem boom 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 boomerang erst einmal toter oder was machst du da ist doch mal wenn ich bitte denn damit das spiel soll ich dich heilen nein ich halte ich mal nein so der komme wieder raus glaube ich wieso brauchst du denn keins aber ich zwischendurch immer mal mit der linken mit dem linken angriff habe ich lebensregeneration und kritischer schaden auf dem rechten habe ich in lebenspunkte und blutung glaube ich und so weiter und so weiter also mp habe ich gar nicht geskillt weil du christian mit dem linken angriff da trifft der boomerang einmal und dann das ist ja wieder voll ja das fand das von auch nein 2000 die andere richtung was machst du da musst du um die bäumen das gesehen das ist halt der vorteil mit klein was mich durch jetzt habe ich schon 34 arbeiter 34 ich habe ja auch genau sechs punkte sechs punkte habe ich noch frei könnte vielleicht nur 12 einstellen jetzt geht's los so ist er herkommen auch doch ich habe 38 ja ich sammle die alle ich gehe da mal diese punkte ab und zu mal ab und dann hole ich mal ist nach heidel ins lager und wenn ich denn so was ich so 10.000 baum stemmen oder was ich dann zusammen habe der linie hin und damit aber durchgemacht da hacke peter lohnt sich das umziehen ja gar nicht was denn hacke peter hacke peter kennst du ja ist lecker der peter der macht lecker nein hacke peter das ist und deutschland das ist der peter der hackt ja das ist lecker ja der ist lecker weiß ich nicht ob der lecker ist doch wenn du das sagst vielleicht leicht so ist der option volljährig ich nein der hacker peter mensch und der scheiße ich ja nicht da jetzt bist du da jetzt bist du da jetzt hoch getrampelt natürlich ja das sieht schon cool aus schau mal den essen bereitgestellt für uns ich glaube ich habe eine lange reise hier ja blümchen 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 papu ich habe habe gefunden das ist auch kein anstand mit dem esel hier hoch zu kommen und muss sie doch nicht weg machen das muss ich jetzt tun dass sie denn hier die königin oder was ich weiß ich glaube jetzt zeigt mir das nicht mehr an was ich machen muss kann weil du jetzt da bist hier da zu mir stehen und das anklicken das schon gar keine ahnung von dem spiel ne die läuft sich einmal rum dann zu dir dann was soll ich da jetzt machen klicken klicken ah guck mal ich war wohl zu dicht bei der königin muss wieder genau hinschauen ne ja natürlich guck mal wenn die luft holen halte schäger so können weiter nein ich bin noch nicht mit gucken werde ich mal mit lesen hätte ich Du bist so klein. Oh, so putzig. Oh, so ein kleines putziges Ding. Ah, wie süß. Ey, was laben die denn hier? Ist ja Wahnsinn. Wenn du dir das alles durchlegst, dann brauchst du eine ganze Stunde. Ja. Wer ist die denn? Ne, echt jetzt? Was? Das hört überhaupt nicht auf hier. Ja, da musst du klicken, klicken, klicken. Also, damit habe ich ja nicht übertrieben, dass ich eine Stunde lesen muss. Da 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 da. Ich wusste gar nicht, was du Klavier spielen kannst. Na, siehste, der Staunste, he? Siehst du überhaupt was mit der Kapuze? Nein, dich will ich sowieso nicht sehen. Deswegen habe ich die auf, dass ich dich nicht sehe. Du bist ja einer. Ja, will ich auch träumen? Ne. Zack. Ich sehe hinten den Bommel, das ist gut. Du bist schon so ein Bommel. Ja. Ein Bommelchen. Hast du hier noch Fragezeichen? Äh. Ja, über deinen Kopf ist ein Fragezeichen. Ja, in meinem Kopf auch. Ein Gruß. Das sehe ich, ja. Toll, jetzt habe ich ein Lied im Kopf. Was soll denn das? Ich kann es dir nachher nochmal spielen. Möchtest du es auf der Gitarre? Kommst du? Kommst du? Ein Historiker. Ah, vielleicht gibt es hier auch noch was zu entdecken für mich. Irgendwie Bücher oder so ein Quatsch. Manchmal findet man doch da was komisch. Doch, echt? Bibliotheken, alles lesen. Immer alles lesen. Ja, das weiss ich doch. Aber hier... Das wusstest du nicht. Hier war ich schon in der Bibliothek. Jetzt habe ich hier gerade Wissen erhalten. Hahaha. Wo hast du Wissen erhalten? Hier. An diesem Bücherregal war ich irgendwie noch nie. Wo bist du denn? Komm doch einfach zu mir. Ja, komm mal zu dir. Soll ich dir zeigen? Äh, wo bist du denn? Da unten beim Questgeber. Bei der Historiker Previs. Ja, warte mal. Ich gucke mal. Äh? Was muss ich denn bei dem her? Oh, vielleicht hier auch. Da? Ach, da unten. Tschö. Schon wieder wissen. Oh cool. Tschö, 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 tschö. Tschö, tschö. Tschö.